Ja, natürlich. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich muss mich ganz schön beeilen, wenn ich mich heute noch verliegen, verloben und als ich schon für den Folterabend herauskommen will. Und dann die Hochzeit mit Akkordeon-Wählen und so einem hübschen kleinen Plastik-Ausbau oben auf der Torte drauf, wo beide so dastehen. Ich geh dann mal hoch. Ich mach nur, dass sie glücklich werden. Dass sie rauskommen. Sich mal an den Wiesbaden. Wenn du mir jemals Enkel haben willst, musst du vorher aber noch die dämlichen Stiefel verbrennen. Carol, ich hab ein Date. Ein Live-Date. Ja. Aber, wenn dieser Date auch nur ein solch besser aussieht, als es angstlich sein, dazu finde ich, sollte wir uns Müll geben. Weil, die Gesellschaft will, dass ich normal bin. Und so wollen wir dann normal sein, nicht wahr? Ja. Und Carol, ich wäre dir dankbar, wenn du mir dieses Stück wirklich eine Stütze wärst. Ja. Ja.